Hallo und herzlich willkommen zum ersten Battle der ersten Runde hier im Let's Player Battle Contest. Wir haben die ersten vier Spieler und die wären von oben links nach unten rechts, also oben links die Ecke. The Psy LP, dann oben rechts Quicktime LP, dann unten links der Avatarangist und unten rechts der Punisher 8-4-3-7. Ihr könnt einfach auf die Videos kommen, wenn ihr auf die jeweiligen Ecken klickt. Bewertet fair und schaut sie sich alle an. Bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal.